Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Bauvideo mal wieder für meine Welt. Ja, die Welt ist ja jetzt vorläufig fertig und dieses Mal dachte ich, weil ich momentan so unglaublich im Katzenfieber bin und ich so Katzenliebe, dachte ich, mache ich ein Katzencafé. Das ist das Grundstück vom Katzendschungel, aber eben als Katzencafé gedacht, weil viele Katzen sind ja eher Katzen für drinnen und die rennen ja jetzt auch nicht unbedingt immer quer durch die Nachbarschaft, um in irgendeinen blöden Park zu gehen. Das dachte ich mir, ja ein Park passt einfach nicht so zu Katzen und dann dachte ich mir, Mensch, da passt doch eigentlich ein Katzencafé viel besser, da können Leute hingehen, die Katzen mögen, aber keine haben. Adoptieren kann man in Sims 3 Katzen ja leider nur über das Telefon oder über die Nachbarschaft, aber leider nicht wie bei Sims 1 zum Beispiel über einen Katzentierladen. Da fällt mir gerade ein, okay, das hat wahrscheinlich nicht jeder, aber es gibt eine Kasse, womit man Katzenfutter, glaube ich, kaufen kann. Da kann man dann den Tierladen machen. Das kam als Limited Edition mit dem einfach tierisch Pack und das hatte ich damals gekauft, aber das ist jetzt nicht dabei. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, sondern es ist halt ein Café, also dass das mit Studentenleben kam und dann ganz viele Katzenspielzeuge und so weiter und so fort. Und ja, dieses Haus dachte ich mir, würde ich ganz gerne mal so in einem viktorianischen Stil machen. Deshalb auch dieses Türmchen und die Dächer mit diesen Giebelfenstern drin. Und da habe ich mir auf Pinterest, ich glaube, ich habe einfach nur noch Victorian House gegoogelt und das war es dann schon. Dann kam das und das Endergebnis gefällt mir echt ziemlich gut, muss ich sagen. Also dafür, dass ich schon so lange nicht mehr gebaut habe, bin ich zum Glück nicht ganz eingerostet gewesen. Dann habe ich hier so ein bisschen diese Aircuffenster genommen. Ich glaube, die kamen mit Supernatural und die Türen auch und hier oben habe ich Fensterlädenfenster genommen, aber die sind mit Reiseabenteuer gekommen. Aber da habe ich dann eines noch geändert, weil die Fensterläden waren ganz zu. Das fand ich eigentlich, finde ich, eine ganz gute Idee, weil dann kann man da oben nicht reingucken, wenn es dunkel ist, weil das ist natürlich dann dunkel. Aber ich habe dann beschlossen, dass wenigstens ein Fenster offen bleibt. Also einmal Fensterläden bleiben offen. Ja, dann ist im Erdgeschoss, hier kommen die Toiletten hin im Obergeschoss. Im Erdgeschoss kommt ein kleiner abgetrennter Raum hin. Das ist sozusagen der Ruhebereich. Also da kann man, wenn man mal keine Lust hat auf Katzen gerade, also auf Katzen streicheln und so weiter, kann man dort dann einfach lesen und einen Schaukelstuhl benutzen und so weiter und so fort. Aber der Rest des Cafés ist definitiv für Katzen gedacht. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie eingestellt, dass die Katzen gar nicht in den Raum gehen können. Die können da trotzdem rein, aber es sind da halt keine Katzenspielsachen und so weiter, sondern nur Sofas und Bücherregale. Ja, dann habe ich hier, wie gesagt, so diese viktorianischen Fenster benutzt. Also diese hohen, langen Fenster und im Erdgeschoss sind die eben abgeflacht und im Obergeschoss dann nicht mehr. Genau, das ist hier dieser Raum. Der hat diesen hübschen Torbogen. Ich habe den Raum im Endeffekt, glaube ich, noch vergrößert. Und ja, jetzt mache ich hier die Tapete. Und das ist so ein bisschen so, weil ich das so ein bisschen als englisches Teestuben-Flair wollte ich da drin haben. Deshalb habe ich da auch Motiv-Tapeten genommen. Also nicht nur Anstrich und Holz und das war's, sondern auch wirklich mit Mustern ein bisschen. Das sind einmal hier diese Blätter und dann habe ich aber auch noch ein anderes Motiv genommen. Das kommt jetzt. Das wird dann auch so Blumengirlanden. Ich glaube, das hier genau, das habe ich genommen. Und jetzt, hoffentlich hört man die Glocken nicht im Hintergrund. Jetzt ist natürlich klar, immer wenn ich anfange aufzunehmen, fange ich diese blöden Glocken an zu läuten. Ja, dann kommen hier oben, wie gesagt, die Toiletten hin. Und dann habe ich das alles noch schön passend eingefärbt. Und ich habe das Grundstück auch getestet. Das scheint meines Wissens alles zu funktionieren. Außer, ich habe im weiteren Verlauf ein Katzenbett unter die Treppe gebaut, dargestellt, weil das sonst so leer aussah da. Und dann dachte ich mir, das können Sie wahrscheinlich nicht benutzen. Das konnten Sie, können Sie dann auch wirklich nicht benutzen. Also, aber es gibt oben im Obergeschoss genügend Katzenbetten, wo die sich ausruhen können und so weiter und so fort. Also, im Erdgeschoss ist mehr der Kaffeebereich und im Obergeschoss ist mehr der Katzenschlaf, Ruhe, Spielbereich. Also, da gibt es definitiv genügend für die Katzen zu tun. Dann, ja, mache ich jetzt hier die Deckenfliesen. Die habe ich mal ausnahmsweise nicht vergessen. Und, ja, jetzt fange ich hier, äh, was habe ich jetzt hier eigentlich gemacht? Das frage ich mich. Ah, ja, jetzt mache ich, glaube ich, den Raum größer. Und, genau, dann habe ich das hier noch die Tapeten fertig gemacht, dass die wieder passend sind. Und, ähm, ja, ich habe dieses Katzencafé Wollknäuel genannt, weil man kennt ja das Klischee, dass Katzen so gerne mit Wollknäuel spielen, ne? Und dann dachte ich mir, ach komm, ähm, mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ist nicht sonderlich originell, ich weiß, aber trotzdem besser als gar nichts. Und, genau, jetzt kommt hier der, ähm, die Kaffeetheke. Und dann eben, weil ich so ein bisschen Teestuben-Flair-mäßig wollte, habe ich hier dieses, dieses Regal, was ich da links unten platziert habe. Ich habe mir erst mal Deko-Sachen rausgesucht, die ich gerne hinstellen möchte in, in das Gebäude und dann mir hier diese T-Regale rausgesucht. Ähm, allerdings war das nicht ganz so einfach hier. Ich wollte die eigentlich ganz gerne zusammen platzieren, dass es sozusagen ein großes Regal gibt. Aber das sah doof aus und dann habe ich das hier so gemacht und dann mit dem Move-Objects-Cheat-Teken durch die, ähm, über die, über diese Regale platziert, dass es sozusagen, ähm, so, also Theken weiterhin sind, aber oben drüber an der Wand sind dann so Regalteile. Das, finde ich, sieht eigentlich ganz schön aus. Und dann habe ich hier so ein bisschen so einen Bar-Bereich gemacht. Der ist aber nicht so groß, weil ich das ja, wie gesagt, nicht als richtige Bar wollte, sondern als, ähm, ja, Kaffee. Und dann kommen hier so Fensterchen hin, die finde ich total süß mit den Blumenbeeten. Die passen auch perfekt von der Höhe zu der Theke, weil die anderen Fenster waren zu tief und das sieht immer super doof aus, wenn die Theken dann da so drüber gucken. Und ja, hier kommt ein bisschen Deko hin, eben auch so Tücher und Seife und so weiter und so fort, weil ich mal gelesen habe, dass wenn man desinfekt, äh, wenn man in einen Katzenkaffee geht, dann ist eigentlich der Katzen-Streichel-Bereich und der Kat- und der Lebensmittel-Ess-Bereich voneinander abgetrennt, weil theoretisch Katzen ja auch Krankheiten übertragen könnten. Und man muss sich dann da immer wieder die Hände desinfizieren, wenn man fertig ist mit Streicheln und dann essen möchte. Und deshalb habe ich dann auch so ein bisschen überall so ein bisschen Desinfektionsmittel und Handabwischboxen, Tücherboxen platziert. Und, ähm, ja, jetzt kommen hier erstmal die Tische, das wird der Sitzbereich. Ich habe mir das alles so ein bisschen gedacht, dass das so ein bisschen durcheinandergewürfelt und ein bisschen urig aussehen soll. Also hier, die, die Stühle sehen zwar jetzt alle noch gleich aus, aber im Nachhinein, ich glaube gleich, dann werde ich die einfärben, dass pro Tisch einzelne, ähm, Sitzkissen sind. Das Holz ist gleich, aber die Sitzkissen sind anders. Und hier sind noch so ein paar, ähm, Weiden, Weidenstühle, heißt das? Weidenkorbstühle, die finde ich super schön. Und die haben so ein bisschen so am Rand einen Used-Look. Das finde ich auch sehr hübsch eigentlich, so ein bisschen, ähm, dass die so fast schon vom Sperrmüll sind. Und dann ging es los an Pflanzendeko. Und hier habe ich mir nämlich etwas Spezielles gedacht, was im Endeffekt dann ziemlich schwer ist und was ich wahrscheinlich überhaupt nicht richtig, ähm, machen konnte, weil ich wollte, ähm, dass da nur Pflanzen drinstehen, die im echten Leben ungiftig für Katzen sind. Dann ist es halt einfach nur auf drei bis vier Pflanzen hinausgelaufen. Und dieses Ding, das lockt Katzen, streunende Katzen an, dass die hier sozusagen hier hingehen und dann, ähm, und dann adoptiert werden können. Das dachte ich mir, wäre doch super süß, wenn man dann von hier eine Katze adoptieren könnte. Und hier kommen, wie gesagt, Bücherregale hin. Aber es gibt unglaublich viele giftige, ähm, Wohnungspflanzen, Hauspflanzen, so Dekopflanzen. Und das sind dummerweise alle die, die hier da waren. Also eigentlich ist auch die, diese Topfpflanze, die hohe mit dem, mit dem weißen Topf, die ist eigentlich auch giftig, habe ich gesehen. Aber das, da haben sie nicht die Originalpflanze genommen, sondern irgendeine andere Pflanze. Und deshalb, ähm, dachte ich mir, okay, ja, hm, ist eigentlich giftig. Aber dann dachte ich mir, ach komm, jetzt machst du es halt trotzdem. Und bei den Blumen wusste ich es nicht, weil da stand nicht, welche Blumensorte das ist. Sonnenblumen sind wohl nicht giftig. Palmen aber anscheinend schon. Aber das wusste ich in dem Zusammenhang nicht. Da kann man dann nur hoffen, dass die Tiere nicht an die Pflanzen gehen. Was sie ja in Sims auch nicht tun können. Aber ich dachte mir, ich wollte da so ein bisschen Realismus beibehalten. Und ja, dann sind hier die Sitzgelegenheiten und der, der, so dieser Lese- und Ruhe-Bereich, ähm, den finde ich am Ende super hübsch geworden. Was ich so gerne mag an diesem, ähm, T-Stuben-Flair sind, dass ja ganz viele Sachen in, in Pastellfarben sind. Und ich glaube, ich habe mich nicht wirklich daran gehalten, dass es dann im Endeffekt nur Pastellfarben sind. Teppiche kommen hier natürlich auch ganz viele rein. Aber das sieht am Ende dann eigentlich ganz süß aus mit den vielen verschiedenen Teppichen auf dem Boden. Dass es so gemütlich wird und oben dann auch. Und ja, das gefällt mir dann am Ende eigentlich ganz gut. Und hier habe ich die richtigen Muster rausgesucht. Das ist nämlich bei diesem langen Teppich nicht so einfach. Denn bei manchen Mustern ist das an einer bestimmten Stelle abgeschnitten. Und dann beginnt das Muster von neuem. Und das sieht man halt richtig krass. Und das ist ziemlich doof. Deshalb habe ich da geguckt, welche Muster gut passen. Und dann kommen hier natürlich noch Bilder hin. Da habe ich Bilder aus einfach tierisch und aus dem Grundspiel, glaube ich, genommen. Und aus allen möglichen Erweiterungen. Also da habe ich wirklich nicht auf, ähm, ein bestimmtes Erweiterungspakt mich beschränkt. Natürlich braucht ihr das, damit das Katzengrundstück überhaupt, damit es das überhaupt gibt, braucht ihr einfach tierisch. Und ja, jetzt kommen wir hier zu diesem, ähm, schicken, zu dieser schicken Katzenburg. Genau, hier habe ich jetzt die Pflanzen so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, und diese Pflanzen, äh, die Katzenburg, die habe ich so platziert, dass, ähm, die ist leider eigentlich zu hoch, um die drinnen zu platzieren. Zumindest in einem einstöckigen Haus. Ähm, aber hier sieht man nämlich, dass die Fahne darüber steht. Aber dann habe ich einfach hier oben einen Pflanzentopf genommen und den über das, über das Fähnchen platziert, sodass es aussieht, als würde das Fähnchen in der Erde stecken im Topf. Das sieht dann eigentlich ganz hübsch aus. Und ich dachte mir auch, ähm, ich habe ja hier mit Supernatural kamen ja die Blumentöpfe. Und die habe ich hier platziert, weil ich dachte, dass man hier dann auch so ein bisschen Kräuter ernten kann. Und, äh, genau, dieses Katzenbett, das kann man nicht benutzen. Das ist ja eigentlich leider gar kein Katzenbett, aber ich finde das so süß. Und ich hab so, ich fände es so süß, wenn die Katzen da wirklich drin schlafen könnten. Und hier mache ich jetzt an jedem, ähm, unter jedem Tisch so einen runden Teppich. Und, ja, in diesen Töpfen soll dann am Ende Kräuter, die mit wildes Studentenleben kamen, rein. Also, es gibt ja leider keine Katzenminze, aber halt normale Pfefferminze, Lavendel. Ähm, was hatte ich dann noch rein platziert? Ähm, Lakritze ist zwar eigentlich, glaube ich, giftig für Katzen oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann noch Zimt. Das geht, wie gesagt, nur mit wildes Studentenleben, weil ihr sonst die Pflanzen nicht habt. Die habe ich auch vergessen zu platzieren, das habe ich dann erst im Nachhinein gemacht. Aber im Grundstück, im Fertigen sind sie dann da. Auf den Fotos ist es mir leider auch erst aufgefallen, dass ich dann das vergessen habe. Aber nach den Fotos habe ich das dann ausgewechselt. Genau, hier färbe ich jetzt jede, von jedem Tisch die Kissen einzeln anders ein. Also, ich dachte mir, dass das sozusagen passende Kissen pro Tisch sind. Weil ganz durcheinander wollte ich es dann doch nicht haben. Aber das ist so ein bisschen so, ein bisschen ein Farbschema bleibt. Und ja, dann kommen jetzt hier Lampen schon rein. Ich glaube, dann bin ich auch gleich mit dem Erdgeschoss schon fertig. Und dann kommen wir zum Obergeschoss. Das war ein bisschen komplizierter von der Raumaufteilung, weil ich nicht ganz so sicher war, wie ich das jetzt eigentlich machen soll. Und was ich super cool finde, ich glaube, dieses Pflanzentöpfchen kam mit Late Night. Das ist aber super gut als Katzengras. Das habe ich deshalb relativ häufig platziert, weil die Katzen das dann einfach fressen können. Das ist dann eine Pflanze, an die sie theoretisch drangehen könnten. Tun sie natürlich nicht, weil das geht natürlich nicht. Und hier habe ich so den Außenbereich ein bisschen gemacht, dass der hübsch aussieht. Und dann so einen kleinen Parkplatz mit Asphalt ausgelegt. Und ja, dann hier noch ein bisschen Erde, dass es besser aussieht, natürlicher. Und ja, dann hier noch ein bisschen Dreck hingemacht. Und dann jetzt gleich auch, glaube ich, habe ich mich dann dem Obergeschoss gewidmet. Hoffe ich dann endlich mal, dass ich mich hier dann jetzt endlich mal dahin bewege. Ja, genau jetzt. Da habe ich einmal erst mal die Toiletten gemacht. Die sind Standard-Toiletten halt. Und dann kommt das an der Rest des Obergeschosses. Ich finde diese Giebeldächer eigentlich auch richtig hübsch. Die sind aber nicht funktional. Man kann da drin nichts wirklich machen. Die sind nur zur Deko da. Ich habe da jetzt auch keine Lampen rein platziert. Die sehen dann halt einfach, sind komplett dunkel in der Nacht. Aber ich denke mal, die kommen sowieso eigentlich hauptsächlich, wenn man das Haus ganz sieht, für Fotos in Geltung. Ansonsten sind die gar nicht bemerkbar. Dann, ja, wie gesagt, normale Toilette. Hier habe ich geguckt, welche Farbe, welcher Teil von der Toilette für die Toilette wirklich ist und nicht für die Außenkabine. Und dann habe ich die Farben hier ein bisschen angepasst. Und ja, meine Standard-Toiletten-Aufteilung. Zwei Theken, zwei Waschbecken, ein zweier Spiegel. Dann kommt da der Handtuchspender aus Late Night hin. Und ein kleiner Mülleimer. Und jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Ach ja, hier noch eine Müllpresse hin, falls irgendwie Müll ansteht, dass die nicht immer hoch ins Bad rennen und dann da den Mülleimer verwenden. Ja, hier habe ich erst mal so grob hingestellt, was ich alles brauche. Und das dann richtig aufgeteilt. Hier, genau, hier sollte ein Katzenkratzbaum hin. Dann kommt da so ein kleines Kratzbäumchen hin. Hier diese Katzen, die richtigen Betten, wo sie drin schlafen können. Und dann, wie gesagt, noch diese unglaublich süßen Fische, wo ich es richtig schade finde, dass sie da nicht drin schlafen können, sondern nur erkunden, was ich nicht verstehe. Weil dann liegen sie da drin und langweilen sich und gehen eigentlich sofort wieder danach raus. Dann hatte ich hier noch so ein bisschen das Erker-Ding hier so ein bisschen anders. Diesmal nur für Katzen konzipiert. Und ja, dann gibt es hier eine Ecke mit sechs Katzenklos. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Ende ein bisschen zu viel ist, aber die habe ich hier so ein bisschen abgetrennt, dass die Katzen beim Kacken ein bisschen ihre Privatsphäre haben, dass man denen dann da nicht so zuschaut bei. Wahrscheinlich wird es dann da auch ein bisschen stinken, aber ja, das ist ja jetzt in Sims nicht ganz so wie im echten Leben. Hier kommt noch der zweite Kratzbaum hin und im Endeffekt habe ich dann diesen Schrank entfernt und da dann ein richtiges Bücherregal, glaube ich, hingestellt. Hier kommen auch noch mal Katzenbetten hin und diese Fische. Und ja, dann ist da halt immer überall, ja, mit dieser Raumaufteilung habe ich mir, wie gesagt, ein bisschen, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich hatte zuerst überlegt, so Bücherregale als Raumteiler zu benutzen. Aber das hat dann irgendwie nicht so ganz gepasst und sah irgendwie doof aus. Und dann habe ich das wieder weggemacht und dann mit Halbwänden gearbeitet. Das ging dann eigentlich ganz gut. Ich glaube, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass das eigentlich doof aussieht. Nee, immer noch nicht. Aber jetzt dann gleich, dass das eigentlich echt richtig hässlich ist. Und dann habe ich hier schon mal so ein bisschen das Sofa eingefärbt. Ich habe, also, das bleibt, wird so ein bläulich, glaube ich. Und das andere Sofa, das dann noch kommt, das wird dann so lilalich. Ist nicht wirklich Pastell, leider. Das wäre eigentlich besser gewesen. Aber das ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Das passt besser für eine Teestube. Aber ja, dann habe ich hier die Raumaufteilung geändert. Das hat mir nämlich, wie gesagt, nicht so gut gefallen. Und dann kommt jetzt dann gleich die Halbwand, die ich da hingebaut habe. Ja, was mache ich jetzt? Hier habe ich erst mal geguckt. Genau, hier kommt die Halbwand hin. Und dann habe ich den Zaun, den Treppenzaun geändert, auch zu einer Halbwand. Das hat mir besser gefallen. Und dann kommt hier, wie gesagt, auch noch ein Sofa hin, ein kleineres. Und dann wären wir ungefähr schon fertig mit der Raumaufteilung. Dann kommen jetzt Spielzeuge und so weiter und sofort noch hin. Und ja, dann habe ich das noch alles richtig schön eingefärbt. Die Katzenspielzeuge färbe ich auch noch ein. Also die Betten und die Fische und so weiter und so fort. Da habe ich auch viele von den vorgefertigten Farben schon benutzt, weil da gab es auch hübsche. Und dann kommt hier noch so ein Endtisch hin. Habe ich den vergessen einzu... Ich glaube, ich habe den vergessen einzufärben für passend unten. Ja, hier habe ich jetzt die ganzen Katzenbetten eingefärbt, so passend zu den anderen Sachen. Einfach ein bisschen bunter, dass das nicht immer alles das Gleiche ist. Und die Katzenklos habe ich auch jedes in einer anderen Farbe gemacht. Und dann kommt hier jetzt noch ein Endtisch hin und nochmal die schönen Dekopalmen, die wahrscheinlich giftig sind. Aber ich meine eigentlich gelesen zu haben, dass Palmarten nicht giftig sind. Aber eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie wohl doch giftig sind. Also das weiß ich leider nicht. Aber dann sind die Katzen halt einfach brave Katzen, die, wenn dann entweder ans Katzengras gehen oder am Spielzeug kauen oder eben sich die Krallen an den Kratzbäumen, den vorgesehenen Kratzbäumen kratzen. Ja, dann habe ich hier auch noch Teppiche hin platziert, dass es alles viel gemütlicher wirkt und nicht so kahl aussieht. Denn nur Holzboden ist, ja, wie gesagt, ein bisschen kahl. Und die habe ich dann, glaube ich, auch noch eingefärbt. Was habe ich hier jetzt? Ah ja, die Sachen hier ein bisschen umgestellt. Und dann kommt hier ein bisschen Deko drauf. Da sind, wie gesagt, die Seifenspender. Die habe ich jetzt hier als Desinfektionsmittelspender einfach mal umfunktioniert. Dass immer, wenn man eine Katze streichelt oder mit ihr spielt und danach sagt, hey, ich möchte jetzt gehen oder so, dass man dann eben sich dann die Hände desinfiziert, also mit dem Desinfektionsmittel und danach mit den Tüchern abwischt. Und ja, dann ist es jetzt auch schon fast fertig, das Gebäude. Hier kommen, wie gesagt, noch ein paar Bilder hin, dass es nicht so kahl aussieht, obwohl die Tapetenwände eigentlich auch schon ganz gut sind als Wandauffüller. Hier habe ich eigentlich ein Katzenmuster gesucht, aber leider nicht gefunden. Und dann habe ich halt das, was auch schon als Tapete unten gibt, das Muster genommen. Das habe ich den Teppich hier, den blauen, den habe ich nochmal umgeändert im Nachhinein. Und den finde ich super cool mit den Birkenstemmen als Muster. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hier noch so ein abgedrehtes Muster, passend zu den lila Sofas. Hier kommt ein Kuchfell hin. Da können die Katzen sich drauf kuscheln, wenn sie wollen, obwohl da eigentlich natürlich ein Schafsfell besser gewesen wäre. Aber ja, das geht auch so ganz gut. Und ich glaube, das war es schon hier. Dann kommen jetzt noch ein ganz bisschen Außendeko hin. Wirklich nicht viel. Ja, ich hoffe, euch hat das Gebäude hier gefallen. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.